April 2010. Willkommen zu den nächsten Wetterinfos. Amik für euch, der Markus Brodschi. Heute Morgen recht kühl in der Schweiz. Temperaturen sind so um die 2-3 Grad mehr nicht. Und es sieht so aus, als ob sie doch im Verlauf des Tages noch ansteigen würden. Die Temperaturen sind heute so um die 15-16 Grad. Mehr liegt nicht in der Region. Basel allerdings bis 19 Grad. Genf-Wald. Willkommen zu den nächsten Wetterinfos. Amik für euch, der Markus Brodschi. Heute Morgen recht kühl in der Schweiz. Temperaturen sind so um die 2-3 Grad mehr nicht. Und es sieht so aus, als ob sie doch im Verlauf des Tages noch ansteigen würden. Und es tut dann einfach so aus, als ob sie doch im Verlauf des Tages noch ansteigen decades. Auch derlichePowern sind dann Lebach's. 벌써 im Verlauf des Tages. Oder anz132-3 Gradpleteierd voters? Bel anom